Du hast bis jetzt jeden gewonnen, ne? Ja, jetzt kommt der letzte Cup. Da kenne ich auch Abkürzung. In der letzten Strecke. Was? Ja, die ganz große. Die ganz große? Die Regenbogen, bla bla. Da gibt's eine Abkürzung! Ja. Alter! Krass! Aber da muss man gut treffen und Glück haben. Ich möchte es jetzt nicht herausfordern. Hä? What the fuck? Das geht hier ein bisschen schneller. Ich dachte halt, hä, ne? Und dann hat sie es nachgeholt, also... Ich hab irgendwie einen FPS-Einbruch, finde ich. Ach, verdammt. Also steht er zu Mendoist. Naja. Irgendwie merke ich von diesem FPS-Einbruch irgendwie nix. Weil irgendwie ist das alles furchtbar schnell. Nee, wir haben 30 FPS. 30 FPS ist gut. Diese Strecke ist scheiße schnell. Ich weiß nicht, was du dich dabei gedacht hast. Ja, die war aber auf der V-Portierung nicht so schnell. War die auf der V-Portierung dabei? Ja, da bin ich drittlos gefahren. Ach ja. Also vor, keine Ahnung, drei Monaten. Scheiße. Ja, der Pilz ist manchmal mehr Flug als Segen. Toll. Vom drittlaufen achten. Klar, dass Donkey Kong hier führt. Naja. Jedem seine Strecke, ne? Verdammt. Ich krieg' aber auch ständig die roten Shells. Was ich ja sehr befürworte einigermaßen, aber... Oh! Die schaffen ja gleich. Also ich hätt'n gehabt. Irgendwie ist er jetzt doch wieder ganz weit weg. Mann, alter! Boah, ey, was geht hier auf dieser Strecke ab? Nein, verdammt. Nur Zweiter. Ah, Dreck, 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 fahr! Du musst springen dabei. Springen? Ja, mit R. Warum springen? Ich hab's doch gerade eben auch hochgeschafft. Ja, aber wenn du weiter... Wenn du noch mehr abkürzen willst, musst du ein bisschen springen. Ja, okay. Allgemein, wenn du durch Kurven fährst, dann geht das einfacher. Das machen wir dann, wenn wir in keine Ahnung wie viel hundert Jahren noch mal spielen. Oh, Mann, ich bin nicht in Führung. Ganz ungewohnt. Ei, ei, ei. Verdammt. Perfekt, endlich kommt... Was? Wieso ist das... Achso, weil die Strecke so unübersichtlich ist, ne? Ist mit Absicht so. Ja, man kann ja auch nie wirklich, äh, angeben. Jetzt hab ich mich wieder selber abgeschossen. Ach, fuck, ey. Ach, verdammt. Fuck. Ich hab' mit der Scheiße gefahren, oder? Natürlich bin ich scheiße. Hier gibt's auch eine gewissermaßen Abkürzung. Ja, es gibt halt den kürzesten Weg, aber... Nein, das meinte ich nicht. Du kannst... Ein paar Meter kannst du dir sparen. Ich hab' mir jetzt eben grad verfehlt. Ich kotze, ey. Ich kotze! Ich geh' mal kotzen. Ich hasse es, wenn ich so... So einen Brückeneingang treffen muss. Finde ich furchtbar. Kann ich auch nicht leiden. War ich am Haar im Mund? Super. Es war genau hier. Ich hab' mir's... Nein! Man trifft, man... ...trifft halt nicht immer. Aber das macht nichts, denn jetzt bin ich groß. Vergleich's zu den anderen. Ich hatte gerade echt voll das ekelige Gefühl, als ich das Haar im Mund hatte, weil ich hab' gestern Jackass geguckt und da haben sie dem einen Bart angeklebt, aus Sackhaaren. Das ist ja lecker. Und zwar hat jeder aus dem Team seine Sackhaare dazu beigesteuert, damit der Bart auch schön groß wird. Ja. Und der Typ wusste aber nichts davon. Ja, das hab' ich auch hinterher erfahren. So, diesmal die Abwechslung funktioniert. Nein! Ich war so gut dabei! Ich war so gut dabei! Ich war so gut dabei! Was erzählst du denn da? Ja! Es war jetzt doch gar nicht, wenn ich einen Katz bin. Doch! Man sieht das! Und, sowieso? Jetzt hast du's getroffen! Danke, dass du mich ablenkst. Entschuldigung! War keine Absicht! Hm. Wirklich? Nein! Hm. Was? Wie, was? Millie, hör auf! Was, die Katzenruhe? Die macht ein paar Geräusche. Die macht nur ein paar kleine Geräusche. Die kratzt bestimmt gleich wieder am Sofa. Guck doch, sie lauert schon. Yay, ich führe wieder. Oh, ein Wunder. Ich fand die vom Essenes deutlich besser. Sonst noch etwas? Ich glaube, Jackstone und Hummingbird tun gerade die vom Essenes zusammenspielen. Ich bin aber nicht genau sicher. Ich glaube schon. Oder? Ich müsste jetzt nachgucken. Kann ich aber gerade nicht. Ja. Also Jacks ist auf jeden Fall dabei. Gehst du aus dem Schrank raus, Millie? Millie, geh aus dem Schrank raus! Millie? Millie? Ja, sie lässt schon. Keine Sorge. So eine freche Katze. Wie soll man sich denn da aufs Fahnen konzentrieren? Wie man das überhaupt Fahnen nennen kann? Das ist eigentlich ein Affe. Oh, bleib vorne, Fäffchen. Mario, ich zähle auf dich. So, schon wieder Stern. Also, ich muss ja zugeben, ich werde ja hier mit geilen Items bombardiert in diesem Let's Battle. Schon wieder ein Stern. Also, ich kriege ja dauernd Stern und rote Panzer zugeschmissen. Das muss ich ja echt mal dem Spiel hoch anpreisen. Aber so sehr, wie das Spiel auch unter die Arme greift, ich werde nicht besser. Mann, Bowser, du Ar... Ach, nee. Klaut er mir alle Items. Oh, juhu. Letzte Runde. Ja. Nein! Ich packe gleich die Tüte Chips aus und es ist Chips, das ist gut dabei. Da fahre ich wahrscheinlich genauso schlecht. Und schon wieder ein Stern. Also, Leute, wenn ihr jemals jemanden bei Mario Kart 64 gesehen habt, der so viele geile Items so kurz hintereinander in allen vier Cups kriegt, dann sagt Bescheid. Das liegt an deiner Positionierung und dem Rückstand. Ja, aber am Anfang habe ich auch immer so geile Items gekriegt. Und dann bin ich das zweite geworden. Guck schon wieder. Blitz. Ich kriege dauernd nur Blitze, rote Scherls und Sterne. Schön. Das hätte mir mal früher passieren müssen. Guck schon wieder Stern. Das ist echt krass. Einfach mal eine Banane oder so? Nein. Nee, immer Stern, rote Schell und Blitz. Gäbe es hier schon Kugelwilli, würde ich durchgehend nur Kugelwillis kriegen. Wahrscheinlich. 100 Punkte. Einen haben wir doch noch. Die Doppel-Null. Hier. Ja, toll. Da behalte ich die Doppel-Null als rechtball. Hier, probiere ich es mal. Ich probiere es einfach mal. Düt. Düt. Nicht mal einen guten Start hingeliegt. Ach, Mist, hat nicht funktioniert. Dann lasse ich das halt. Da, gerade am Anfang, wo es dann bergab geht, einfach dann links springen. Da kann man dann auf der Bahn wieder landen. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Übung kriegt man es dann immerhin. Und da spart man sich doch eine ganze Menge. Hier gibt es ja Kettenhunde. Ja. Bin ich gar nicht bewohnt, dass es hier Kettenhunde gibt. Guck, Stern. Schon wieder. Und das, obwohl ich ziemlich weit vorne war. Und jetzt sehr weit vorne bin. Das Spiel mag mich einfach. Ausnahmsweise mal heute. Sonst nett so. Eine Banane. Jetzt bin ich sauer. Ich spiele es gegen mich. Ich habe eine Banane bekommen. Oh, ich bin Erster und kriege Pilz. Warum ist eigentlich Pitsch hier vorne? Ich weiß es auch nicht. Weil die ganze Zeit nicht hier vorne. Die nervt mich. Immer Pitschi. Pitschi. Als ob es ein Pokémon wäre. Das Ario lacht immer. Der Affe fliegt weg. Macht es immer, wenn die so ein Ding fliegen. Wird Kettenhunt-Action. Und schon wieder habe ich Donkikon erwischt. Nein. Fuck. Ich konnte da echt nicht mehr reagieren. Nein, was habe ich gemacht? Ich bin daneben gesprungen. Vor allem dauert es dann auch ewig, bis der mich mal auffängt. Ja, das dauert. Ich gucke auch noch schön mit zu. Nein. Es lief so gut am Anfang. Es lief so gut. Das ist eine lange Strecke. Also mir ist aufgefallen, wenn man klein ist und über eine Bananenschale fährt, ist man schneller. Beim Tränen. Habe ich zweimal hintereinander einen Blitz bekommen. Das Spiel mag mich wieder. Ich höre so. Was? Hast du mich überbringet? Nein, wir sind beide in derselben Runde. Oh, E-Mail. Ich dachte, ich hätte gerade an dir vorbeigefahren. Nein. Ach, verdammt. Muss das sein. Was? Weißt du, wie weit der Wario weg ist? Der blaue Panzer ist gegen die Dings geknallt. Echt? In Bande. Ja. Und der? Den kriegst du jetzt. Ja, toll. Weil du es bist, mein Schatz. Nur für dich. Ja. Nur für dich. Dankeschön. Ich kegel jetzt hier die Leute um. Da ist er. Oh, schon wieder der Sterne. Und schwärfte Bananen nach vorne und fahr auch noch drüber. Und jetzt kommen die roten Shirts. Dann kriege ich vielleicht doch noch einen Punkt. Vielleicht. Was war das denn für ein schwules Geräusch? Ich habe gerade den Ton ausgestellt wieder angemacht. Den Ton? Ja. Mit was denn? Mit der oben links mit der Taste. Kannst du auch. Wie asozial ist das denn bitte da? Normalerweise kannst du da, wenn man alleine spielt, wechseln zwischen diesen, einmal über die ganze Strecke, also um den ganzen Bildschirm drumherum, ist dann die Strecke aufgeteilt und man sieht dann genau, wer wo ist. Ähm, Tacho und noch irgendwas. Ja, ich glaube gar nichts. Okay. Irgendwie sowas. Komisch. Ich kriege gerne mal irgendwie einen Fulkriegen, ups. Was man nicht alles für einen Pilz tut, ne? Da lässt man sich auch gerne mal von Kettenhunden in Stücke reißen. Heute kam übrigens ein neuer, äh, Super Mario World Part von Mike. Ja, und? Und er hat den Klassiker gebracht. Lachende Kreissägerin in der Burg. Ach so, ja. Habe ich gelesen, das Kommentar. Ich habe mich so gepieselt. Toll. Und seine Skillsprünge am Ende in der Burg. Das musst du dir nochmal angucken. Ja, ich, ich, ich schaff's echt in eine grüne Shell reinzufahren. Oh, ich hab gewonnen. Geil. Gerade so. Hm, hm. Die, der grüne Panzer war von mir. Weil meiner hat dann gelacht, als er sich verwischt hat. Die fahren, die laufen auch ihre Runden. Was, nur heute Nacht, ja? Heute Nacht. Ich freue mich schon. Ich weiß, du bist ein bisschen wie die Katze. So ein bisschen masochistisch veranlagt. Aber nur leicht, ne? Hm. Ach, nur die Pote. 33. Boah, ich bin echt der Einzige ohne überhaupt Punkte zu haben. Ey, das gibt's nicht. Oi, Muschichen. Ja, Mietze Kätzchen. Boah. Mietze Kätzchen. Ja. Hm? Ja. Gut. Ich fühl mir meine Haare, die fühlen sich an wie getrocknetes Gras. Ich schweiß mal ein paar raus und rauf die. Nein. Hahaha. Der komische Schaumfestiger, ich weiß auch nicht. Ich muss gleich mal durchkämen. Und bist du stolz, dass du so alle vier Cups gewonnen hast. Oh ja. Und mich auf meinem Kanal wieder mal lächerlich gemacht hast. Ja, zum zweiten Mal. Ah. Das sind aber alles mehr Zufälle. Bei Worms gewesen. Ich stand immer scheiße. Ich sag ja, das sind alles nur Zufälle gewesen. Hier jetzt weniger. Ja, du kannst ja halt auch fahren. Hm. Ich krieg meinen eigenen Pokal. Hahaha. Der hat auch zwei Griffe. Ah. 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 Was denn jetzt? Ah, jetzt kommen die Credits. Richtig. Mach mal hin. Ich glaub, die kann man nicht abbrechen. Dann guckt sie euch an, Leute. Ich glaub, nochmal werden wir es nicht let's playen. Echt nicht? Ja, so schnell nicht. Weil es gibt dann nämlich noch den Schwierigkeitsgrad extra. Der kommt hier nach. Ach so, wo es rückwärts geht? Nein, da geht's nicht rückwärts spiegelverkehrt. Ihhh. Wie, Ihhh. Das ist zum Teil richtig lustig. Ja, okay, das können wir auch irgendwann nochmal machen. Aber jetzt machen wir erstmal mal die Battles. Oh, jetzt sind sie dabei. Da waren sie wieder rot. So Chameleons. Chameleons ändern ja ihre Farbe nicht aufgrund der Tarnfähigkeit und mit der Farbe des Hintergrunds, auf dem sie sich befinden, sondern das ist ein Signal für ihre Artgenossen, dass sie, ähm, dass sie, äh, ja, wie heißt's? Empfangsbereit sind? Ja, aber nicht nur, dass kann man jemand empfängt. Ja, es gibt ja auch manche, die austeilen. Ja, halt so, ich bin, ich bin bereit für unsere Tarnfähigkeit. Zeugungsfähig. Ah. Zeugungsfähig. Ja. Potenz, halt. Die, die werden bunt, weil sie, äh, Bock auf Sex kriegen. Ist scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast. Hauptsache, wir können füllen. Schatz, ich hab Migräne. Erzähl nix, du bist ja ganz blau. Ja. So nett. Oder ganz blass. Ja. Ah. Ah, jei, 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 jei. Solltest du irgendwas darstellen? Eine Schildpulte oder so? Ah, diese kleinen Pupas, ne? Ja. Ah. Die auf die man drauf springt, wo dann der Panzer überspringt. Ja, das, ja. Nähere Erklärung brauche ich nicht, ich kenne mich aus ein bisschen. Oh, Gott. I can see you, Justin. I can smell your trash. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber das wäre auch lustig gewesen, oder? Hm. Aber das war echt heftig, wenn die angefangen haben zu reden. Du stehst da im Licht und kannst dich nicht verstehen. I can see you. Bäh. Geht. Machst du das nicht jetzt hier bald, Amnesia? Ja, mit der Amnesia zusammen. Ja. Hey, du bist gut. Danke. Das kommt in den Semesterferien, machen wir das. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es mit Webcam aufnehmen werde, weil das Format ist so ein Scheißdreck. Weißt du? Das Format? Das Format, was X-Split ausgibt, wenn man keine Pro-Version hat. Ach so, okay. Ist ätzend. Ja, Leute, und jetzt? Ist das mal wieder so ein Spiel, was sich nicht schließen lässt? Oh, super. Nein, ich glaube, da muss man dann den Reset-Button drücken, oder so ein Scheiß. Äh, ja. Ja, okay, gut. Dann resetten wir mal.